Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 5.08.2024. Und zum Freitag war ich schon ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen Panik, aber da sind einige Bastionen jetzt gebrochen. Unser DAX hat insbesondere auch die 850 hier zerrissen, von der ich mir eigentlich deutlich mehr erhofft hatte oder auch erwartet hatte, dass es eine schöne Channelkante ist und unser DAX sowas eigentlich öfter macht. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wir haben jetzt wieder einen Freitag gekriegt, der DAX wieder Freitag aus der Kante rausgeguckt hier, das kennen wir aus den letzten Wochen zur Genüge. Sei das hier, als er diese Riffheitsflagge Freitag gerissen hat, sei das hier, als er oben versucht hatte Freitag rauszureißen oder auch hier, als er versucht hatte unten Freitag rauszureißen, war bisher immer alles nicht nachhaltig gewesen und da haben wir ja gestern drüber gesprochen, die Schwierigkeit, dass die Beschleunigung zu früh eingesetzt hat, nämlich schon in der Range. Ich hatte euch so ein paar Skizzen aufgemalt, wie es im DAX typischerweise aussieht, wenn er nachhaltig auch wirklich umdreht und rausfällt und dass das, wie er es hier gemacht hat, eigentlich selten klappt. Nun steht er bei draußen, hat er sich per Tagesschuss rausgestellt, sollte das jetzt nicht direkt zum Montag wieder umgezählt kriegen, muss man hier letztendlich jetzt auch auf der Short-Seite dann versuchen, seine Punkte zu holen. Wir haben ja die 772 jetzt schon erreicht, das war der Gap-Close und die darunterliegenden Ziele, die wir am Freitag oder für den Freitag besprochen hatten, waren dann die 200-Tage-Linie und das letzte Tief hier. Das wären quasi die nächsten Stationen, wenn er weiter fällt, ja, also knapp über die 400 kommt die 200-Tage-Linie, dann haben wir hier die 510, das sind alle Stationen, die noch angelaufen werden können, wenn er weiter zur Schwäche neigt, wieder abdreht, Erholung zerwirkt und so weiter und so fort. Ich werde aber für Erholung jetzt auch erstmal Raum geben, insbesondere eben auch, weil die Kerze kleiner geworden ist, Volumen abgenommen hat, im Ausbruch eigentlich so rum, halt, ja, das, was wir Freitag erzählt haben, das, was nicht funktioniert, er müsste sich ranlegen an die Kante, dann Volumen aufbauen, rausdrücken, erhöhen, um eben sich im Ausbruch Gehör zu verschaffen. Hier nimmt es jetzt ab, ähm, wie gesagt, bietet natürlich auch die Option, das jetzt wieder umzudrehen. Ich würde es deswegen ganz einfach handhaben und oberhalb von 37, sollte er sich über 37 drücken, auf 930 neue Tageshochs machen, ähm, gebe ich ihm Raum für Erholung bis in die 850 rein, ähm, 850 ist dann die erste Station, die kann natürlich nach unten drehen, es wäre jetzt eine Short-Marke, heißt aber auch für euch, ihr könnt an der 850 dann sehr, sehr, sehr genau erkennen, wie viel Verkaufsinteresse denn noch im Markt ist, wenn er dann nämlich von oben kommt, oder von unten kommt, genauso durchschneidet, wie er von oben durchgeschnitten hat, ist es dem Markt einfach scheißegal. Ja, und dann zieht er sich hier eben auch noch ein Stückchen höher, das ist dann die 1789 bis 18.000, die dann da noch angelaufen werden kann, hier liegt ja noch ein offenes Gap, wenn ich das richtig sehe, ja, das Gap zum Donnerstag, was dann gestoßen werden könnte, das wären so die ersten beiden Stationen, die ich anpeilen würde, und dann muss man halt auch sagen, wenn er das wirklich macht, 850 wieder drüber und hier rein, dann steht er halt wieder in der Mansion, steht er in seinem Korrekturmuster, und dann kann man eigentlich schon fast die Uhr danach stellen, bis der wieder an der 300 rumstachert, und deswegen würde ich so für den Montag einfach handhaben, sehen wir den über 37, so wie wir es am Freitag gesagt haben, auch heute haben wir auch gesagt, wenn der über 1860 kommt, kann der schön in der Erholung, kann bis 300 und so weiter hoch, hat er aber nicht, das heißt, er hat sich nach unten die Zähne aktiviert, so wird es zum Montag eben auch betrachten, ja, sehen wir ihn über 37, drückt er nach oben, suche ich eher die Longs in die Erholung rein, in die 850, gucke mir das dort an, wie er reagiert, nehme vielleicht auch was raus, und dann, wenn er durchkommt, eben auch das Gap als Ziel noch, soll er aber grundsätzlich unter 37 bleiben und eher streifeln, eher schwach zur Seite nur fummeln, dann immer wieder Druck nach unten reinbringen, dann ist für mich die 15 hier die nächste, das ist das letzte April-Tief, was wir haben, als markanten Widerstand, wo wahrscheinlich auch einige Stop-Loss drunter liegen, gerade die, die aus der Seitwärtsspanne, ja, eigentlich grundsätzlich, die aus der Seitwärtsspanne entstanden sind, die Trails, die haben als markantes letztes Tief das hier gehabt, na, das heißt, da wird ein ordentlicher Order-Batzen drinnen liegen, 200-Tag-Linie haben wir hier, das ist alles nochmal Support, und hält er nicht, kommt dann erst wieder im Bereich um 17.100 irgendwas hier unten, so ein offenes Gap, 150 rum, 17.150 rum, also legt er sich hier komplett durch, wäre dann davon auszugehen, dass der dann auch noch einen kleinen Sprüngchen macht und dann hier in dem Bereich unterhalb der 200-Tag-Linie versucht zu stabilisieren und auch wahrscheinlich eine kleine Seitwärtsphase erstmal wieder einleitet, ne, jetzt drei, vier Tage durchzieht, aber muss auch erst kommen, man muss ja erstmal am Ball bleiben, und so wie die Bewegungsdynamik aufgebaut wurde, würde ich fast eher erwarten, dass der Montag vielleicht sogar noch mehr an Bewegungsintensität abnimmt. Das wäre auch nicht schlimm, wenn es hoch zu abnimmt, ja, es geht ja nur darum, wie entwickelt sich jetzt die Dynamik, bauen wir jetzt im Ausbruch, es ist ja ein bullisches Trendfortsetzungsmuster, ne, deswegen haben wir immer wieder gesagt, Wahrscheinlichkeit, dass nach oben aufgelöstet ist, höher, es ist ein bullisches Trendfortsetzungsmuster, das hätte ich mir nicht so ausgesucht, das ist so definiert, ja, weil einfach unter statistischen Aspekten die Dinger öfter nach oben auflösen, als sie nach unten auflösen, löst er es jetzt aber nach unten auf, müssen wir das auch so akzeptieren, und das dann letztendlich auch als Top-Formation annehmen, denn wird ein Trendfortsetzungsmuster, ein bullisches Trendfortsetzungsmuster, nicht mehr in Aufwärtstrendrichtung bestätigt vom Markt, sondern zerrissen nach unten, dann sind das häufig Top-Formationen, die dann eben für einen neuen Aufwärtstrend die Basis schaffen können, ja, das ist ja noch kein Abwärtstrend, der ist jetzt hier zwei Tage ein bisschen abgerutscht, das würde dann erst tatsächlich hier so unten drunter dann anfangen, ja, wenn er wirklich Bock hat hier bis in die US-Wahl oder vielleicht sogar bis Weihnachten rein, um so ein bisschen schwach zu performen, war ja auch in der Jahresausblicksanalyse, ne, erinnert euch da auch ein bisschen dran, hat man ja ohnehin erwartet, dass er jetzt um die Zeit hier vielleicht sogar nochmal einen Hoch ausbildet, ne, und dann eher Richtung Weihnachten, auf seine Jahreseröffnung zurückfällt, das war so aus statistischen US-Wahlzyklen hat man das ein bisschen hergelötet, ja, also ich gucke unter 37, bei Schwäche eher, dass ich Richtung 200-Tagelinie mich orientiere, und drückte mir aber über 37, 17.730 nach oben, macht 9.30 neue Tagessiefe, wäre das für mich indikativ sehr hochwertig, dass wir in die 8.30, 8.50 reingehen, und wenn die eben nicht hätte, dann würde er wahrscheinlich den Freitag komplett ausschlimmen, und das gäbe zum Donnerstag schließen, wieder ein bisschen zurückkommen, und dann am Dienstag weitermachen, ja, das soweit meine Gedanken dazu, denke ich, so können wir es auch stehen lassen, schön rund, schön greifbar, für beide Seiten, ja, egal ob es Schwäche zeigt oder Stärke zeigt, ähm, müsst halt bloß auf die Bereiche, auf die Marken achten halt, ne, auch hier am Freitag, die 18.60, und dann ist auch egal, wenn mir vielleicht das nach oben raus besser gefällt, weil wir im bullischen Muster sind, das muss euch letztendlich auch egal sein, ja, dafür besprechen wir ja beides in Nachhine, oder manchmal auch drei, je nachdem wie viele sich hier anbieten, hier bieten sich jetzt nur zwei an, und, ähm, wir haben einen klaren Fixpunkt, einen klaren Orientierungspunkt, zeitlich wie auch kosttechnisch gesehen, und, ja, machen wir was draus, ja. Freunde, ich wünsche euch Spaß, gutes Gelegen, viel Erfolg, und dann bis morgen wieder, Tschüss. Joachimco. Vielen Dank.